So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es wurde gerade noch eine kleine Ankündigung gemacht und eine kleine Erinnerung von morgen möchte ich euch auch noch zeigen. Denn Donnerstag startet die Umweltwoche. Dazu habe ich letztens ein Video gemacht, Umweltwoche 23 mit Fruberl, was neu als Pokémon eingeführt wird. Und natürlich Shiny Rotomurf, was neu als Shiny eingeführt wird. Jetzt gab es einen kleinen Artikel, zusätzlich wird es eine kostenlose Spezialforschung geben, in der jeder Shaman bekommt. In der Landform, was heißt, das was aussieht wie ein Igel. Und das ist, ja, weiß ich nicht, cool, toll, genial. Das gab es ja eigentlich zum Pokémon Go Fest. Musste man halt ein Ticket haben, beziehungsweise konnte man auch schon mehrere haben. Ich kann euch ja ganz kurz meinen Account zeigen, wenn ich das hier weg mache und das hier drauf mache. Seht ihr gleich, Bitsa möchte kämpfen. Wo habe ich es denn? Da kann ich jetzt nicht annehmen, da muss ich das mal kurz ablehnen. Mal hier rein in den Beutel, wie es bei mir gerade aussieht. Shaman habe ich nämlich zweimal Landform vom 27.8.22, vom 4.6.22. Und einmal die Zynidform, ja, beim Pokémon Go Fest in Berlin hin, ist das ja auch noch dabei gewesen. Mir hat das aber besser gefallen als Meerschweinchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wieder ändern kann. Wahrscheinlich, weil hier steht ja auch Form ändern dran. Das heißt, ich könnte mir dieses holen und ein zweites dieses machen. Dann habe ich 2.2. Aber ich würde das allerbeste, was ich habe, auf jeden Fall dann zu diesem machen. Wie viele Shaman habt ihr bis jetzt? Schreibt es mal in die Kommentare. Das machen wir wieder weg. Das machen wir wieder drauf. Und lesen nochmal kurz. Das mysteriöse Pokémon Shaman erscheint in einer kostenlosen Spezialforschung. Nachdem das mysteriöse Pokémon Shaman, das Dankbarkeits-Pokémon, seinen ersten Auftritt beim Go Fest 22 hatte, erscheint es nun in einer weltweiten Spezialforschung. Diese ist kostenlos und für alle Trainer verfügbar. Schließt sie ab, um Shaman in der Landform zu begegnen. Es ist ja sowieso immer diese Frage, gerade wenn Go-Feste sind und Tickets und alles. Und die Leute fragen immer, braucht man ein Ticket? Ist das Ticket wichtig? Bisher war es immer so, dass ein Go-Fest-Ticket euch einen verfrühten Zugang zu bestimmten Sachen gegeben hat. Weil Shinies, die beim Go-Fest eingeführt wurden, waren ja dann für immer im Spiel und konnten später auch noch erhalten werden in diversen Events. Eine Spezialforschung mit einem mysteriösen Pokémon, exklusiv zum Go-Fest, hat man bekommen, aber hat man danach auch später weltweit für alle bekommen. So eben auch Shaman. Shaman gab es jetzt also mit dem Ticket und nun trotzdem auch weltweit. Das heißt, eigentlich braucht man gar kein Go-Fest-Ticket. Wer natürlich aber die Möglichkeit hat, vor Ort zu gehen und ein Go-Fest live zu erleben, sollte das trotzdem immer tun. Wir waren letztes Jahr dabei in Berlin, in Dortmund war ich da auch schon beim Go-Fest und wir sind gespannt, was dieses Jahr wird zum Go-Fest. Ob das wirklich London sein soll, dann bin ich wahrscheinlich raus. Wenn irgendwas in Deutschland wäre, hätte ich Interesse. Wie man das umsetzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schön, dass also jetzt auch für die Leute, die neu angefangen haben oder die Leute, die nicht zum Go-Fest gehen konnten, sich kein Ticket geholt haben. Obwohl es ja neben dem Vor-Ort-Ticket gab es ja trotzdem auch das globale Ticket weltweit, wo man spielen konnte, da wo man gerade ist. Wir waren ja in Gera beim Thomas, deswegen habe ich das eine auch Gera genannt. Ja, und jetzt gibt es das kostenlose. Also für die, die weder vor Ort waren noch woanders gespielt haben und bisher alles vermieden haben, die kriegen trotzdem immer noch jetzt ein Shaman hinterhergeworfen. Wir zeigen der Welt unsere Dankbarkeit. In der Umweltwoche, die am 20. April, 10 Uhr beginnt, erhalten alle Trainer die kostenlose Spezialforschung Pflanzen und Dankbarkeit. Also so ist der Name, Pflanzen und Dankbarkeit. Für den Abschluss der Forschung begegnet ihr dem mysteriösen Pokémon Shaman. Es scheint, als wäre Shaman wieder gesichtet worden, doch Professor Willow benötigt eure Hilfe, um es zu finden. Assistiert Professor Willow so gut ihr könnt, vielleicht ist Dankbarkeit ja der Weg, um dieses scheue Pokémon zu Gesicht zu bekommen. Ich finde das auf jeden Fall total süß. Ich weiß noch, dass wir damals bei Perle gab es so einen Glitch, wo man zu einem Shaman gehen konnte, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht im Spiel war. Und wir haben dann da einen Shiny Hunt gemacht und sind immer an das Shaman ran und geflüchtet. Und wir sind wieder ran und sind geflüchtet und sind ran und sind geflüchtet. Das haben wir damals im Stream gemacht und das war so toll, denn plötzlich hat es geglitzert, war ein Shiny. Das war so ein emotionaler Moment. Wer dabei war, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und das ist mein Schlafanzug. Guten Tag.